Hallihallo Hallöchen liebe Ramba Zamba TV Freunde schön dass ihr wieder dabei seid mitten im Ramba Zamba Deal Fieber. Ihr habt die ganze Zeit gedacht was ist los warum gibt es keine Deals mehr kann ich euch sagen. Ich bin nicht so braun weil ich mir die Unterhose über den Kopf aufgezogen habe sondern weil ich im Urlaub war. Ich war mal ein paar Tage weg und habe mal ausgespannt. Jetzt bin ich wieder zurück und jetzt gibt es auch wieder schöne Mega Deals und zwar fangen wir heute an mit einem Eis-Eis-Baby-Deal. Wir hatten schon mal so einen ähnlichen Deal aber mit Eismaschinen. Dieses mal geht es bei dem Thema Eis um Eiswürfel, selbstgemachtes Eis, eiskalte Getränke, dazu natürlich ein paar Strohhalme und wenn wir schon bei Getränken sind möchten wir auch unsere eigenen Cocktails machen. Also der Deal kostet 20 Euro. Alles mit dabei. Ich nehme mal hier eine Kiste. So und zwar habe ich einmal dabei Eiskugelform sind übrigens vom Discounter. Komm her wir machen die mal auf. Haben irgendwie 3 Euro 2,95 gekostet. Silikon vom allerfeinsten. Guck mal richtig hochwertig dass die auch zu bleiben dass da nichts rausläuft wenn man sich die Eiswürfel macht. Manche Kinder machen sich die Eisbällchen da rein und so weiter und so fort. Man kann auch hier nochmal ein paar Stielchen reinstecken. So und zwar machst du dir hier in verschiedenen Formen, in verschiedenen Ausführungen deine Eiswürfel oder dein Eis zum Sauberlutsche oder deine Cola, Fanta, Sprite, was auch immer. Für runde, große Eiskugeln. Wenn du dir einen Trink machst. 3 Euro. Einer ist mit dabei. Dann eine Eiskugelform bzw. Eiswürfelform XXL. Sollen wir da auch einmal reingucken, dass wir die einmal sehen. Dass wir einmal sehen, was das wirklich für tolle Ware ist. Schau mal. Mit Beschreibung, Spülmaschinenfest. Richtig, also es ist nicht irgendein Müll, den da gleich kaputt geht, sondern das ist richtig hochwertig. Also, sowas ist dabei für XXL Eiswürfel. Für die ganz, ganz großen. Zack, packe ich da mal mit rein. Dann für 15 große Eiswürfel in Silikon. Dann Eisbereiter. Die kennst du. Da kannst du dein Flutscheis machen. Wie heißt das Flutscheis? Wassereis. Wassereis. Die kennst du. Da sind vier Stück dabei. Guck mal, die haben beim Discounter 5 Euro gekostet. Da kannst du dann deine Cola, Fanta, Sprite reinmachen. Was immer du möchtest, um dein Lutscheischen zu machen. Was immer du Bock hast. Oder? Kann man da machen. Vier Stück sind auch mit dabei. Zack, komm mit rein. Dann kleine Eiskugeln. Auch eine schöne Sache. Wenn du Kalpirinja oder dir nachher so einen schönen Cocktail machst, dann kannst du die da auch mit dabei machen. Die kleinen Eiskugel. Kugeln. Genau. Auch ganz gut. Die sind mit dabei. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Sorten. Wo du schön Eiswürfel und so weiter machen kannst. Dann gibt es dazu 6 Trinkflaschen aus Glas. Richtig schöne Trinkflaschen. Halber Liter ist da drin. Mit diesen Röhrchen, Dauerröhrchen dabei. Die sind in verschiedenen Farben. Dementsprechend sind die Röhrchen mit dabei. Das gibt es dazu. Hat im Discounter 9,95 Euro gekostet. Machen wir einen 6er Pack. Den packen wir einfach hier mit dazu. Damit du deine eiskalt Getränke, die du mit deinen Eiswürfelchen hier zurecht machst. Und das alles immer noch für 20 Euro. Wir sind ja jetzt schon im Discounterpreis bei 30, 32, 35, 25. Immer noch. Dann packen wir dazu eins von diesen Cocktail-Makern. Einmal kannst du hier Kalpirinja machen. Einmal hier, was ist das hier? Für Cosmopolitan oder andere Getränke oder andere Gin Tonic. Und das hier immer so mit den dänisch sprechenden Geräten dabei. Die du dazu brauchst. Bei Kalpirinja oder anderen Getränken. Hier brauchst du ja zum Manschen und so weiter. Kostet irgendwie 5 Euro. Gibt es eins davon dazu. Ich nehme jetzt mal irgendeines raus. Packen wir hier dabei. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch, Versandkostenschmerzlinderungsbeitrag, so schöne Strohhalme dabei. Und zwar sind das immer solche Päckchen. Das sind 6, 8 oder 10 Stück drin. Immer so einen ganzen Beutel. Da gibt es verschiedene Sorten. Da gibt es einmal 10, 8er Pack oder 8, 7er Pack oder was weiß ich. Verschiedene Sorten. Wir packen einfach ein Päckchen als Versandkostenschmerzlinderungsbeitrag mit dabei. Da bist du irgendwie bei 5, 6, 7 Euro. Wenn du dir die Eisraketen kaufst. Also die gibt es schon mal dabei geschenkt. Dann packen wir noch dazu hier, guck mal, um selber Eis zu machen, die Eisraketen. Raus, füllen, was immer du magst. Für die Jungs Eisrakete Abfahrt. Zum Schleckern gab es auch beim Discounter. Hat 5 Euro gekostet. Da sind hier diese Eisformen mit drin. Siebenteilig das Ganze. Einmal dann für die Mädels als Blümchen. Für dein Joghurteis zu machen oder Sonstiges. Sieht man ja, da sind verschiedene Vorschläge mit drauf. Das kommt noch dazu. Und um kleine Eisformen zu machen. Guck mal, für die ganz Kleinen. Oder wenn du dazwischen mal nach dem Grillen oder wenn du Besuch hast, einfach mal so ein kleines Eischen selber gemachtes. Kann man schön mal dazwischen schleckern. Spülmaschinen fest. Natürlich alles hier mit Anleitung, TÜV, GS geprüft und so weiter. Beim Discounter, da wird nicht rumgemacht. Da wird alles ordentlich gemacht. So, da hast du also einen Wert von knapp 60 Euro, den du heute für ein Zwanni kriegst. 20 Euro. Wir packen das euch schön ein. Die ganze Kiste ist auf dem Weg zu euch. 20 Euro plus Versand. 100 Deals haben wir. Oben, unten, hinten, vorne klicken und Abfahrt. Bis dann. Tschö.